rona alle zwei hopp du akira hopp los rona bevor ihr mich hier abschmiere doch wahrscheinlich gegen geld oder nicht was willst du gucken was das ja 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 Ihr stellt dieses übelst hell, ihr hört sich an, als ob ihr ein Tropf ist, aber hier ist nirgends oder? Das hatte ich einmal, wo war'n das? Oh, das müsste auch da irgendwo in der Ecke gewesen sein. Ich hab' die Tropf, gell? Das ist Brumme. Ja. ... 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 Was? Ich habe die ganze Techfisher und Finn kennengelernt. Ich glaube, du hast die rechte überhaupt geschmiert. Der ist bestimmt verbeult. Also das mit der Paarung haut immer noch mit so hin. Toll, muss ich gucken. Vielleicht habe ich doch nicht das Kommando falsch geschrieben oder ich muss noch ein anderes inbauen. Ja, aber es stimmt ja echt, dass es irgendwas mit dem BVP zu tun hat, weil ich total schwachsinn wäre. Ich verstehe nicht, warum man da Unterschiede macht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Was haben wir denn jetzt? 1926, das hat sich wirklich gelohnt. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, dass wir alle mit. Alle sind komplett am Rats. So was kommt hin? Ich verstehe nicht. nix davor hat sich für dein ankommen ist echt hammer so da wollen wir jetzt da jetzt müssen wir ja schon abgubst du hast 20 es reicht sonst also mir sonst wirklich Vielen Dank. Oh, schon ist es geschafft. 71. 62. Das war für dieses Gewächshausbau, damit mehr Punkte kommt, ist ja nicht dramatisch. Was hast du gesagt, Danny? Dass man für das Gewächshaus zu bauen nicht mehr XP-Grid. Das ist dramatisch. Das ist echt mager, im Vergleich zu anderen Sachen, die du dann noch schnapp. Okay. Okay. Ich bin jetzt schon wieder fertig. Yay! Jupp. 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 Kynd. Ja. Vielen Dank. Ich habe gesagt, dass ich heute meinen Vertrag kriege. Nein. Aber es ist cool. Ja. Kann es jetzt auch jetzt gehen. Ich kriege jetzt Ende der Woche oder nächste Woche einen Anruf, dass meine Termaten da sind. Und dann kann ich mit meiner Chefin reden. Ich sollte dann vielleicht noch die Wand anstellen, gell? Ja. Sonst stehen sie nur dumm rum und machen gar nichts. Ich habe gesagt, Hitching Post. Die faulen Schweine. Wie ist es sich nicht? Ziere trotzdem. Was? Wo herrscht sie? Hitching Post. Was hast du denn? Hitching Post. Hitching Post. Hitching Post. Oh, cool. Ovi Raptor. Der macht das mit der Eier ja auch nur, wenn du, wenn er wandert. So, wenn du, wenn er jetzt auch normal wandert. Was ist das kleine, aber feine Problem, dass er eben, äh, wie soll ich sagen, auch da rumwandert, wenn du nicht da bist. Du hast uns vielleicht wie er. Ja, weil sobald die Strukturen dann entladen werden, kann er sich wieder frei bewegen. Ich bin gerade auf die Sprünge mit dem Skepsis. Es gibt Zitrone, es gibt Mais, es gibt Rotte, es gibt Kartoffeln. Das war's. wir uns спасибо. Und wir fehlt. Hadnäuer? Wir sehen uns das guardianen. Eine toilets. Na pergunta? Mathias, Alexa Heifer, klatscht! Vielen Dank. 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 ... 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